Hallo Sven! Was machst du? Diese Tastaturhassen! Diese Tastaturhassen! Ich mach gerade die Tastatur-Sauber. Das Spiel ist gerade abgestellten. Hanna und Heimer Label for Kill. Ihr seht übrigens exklusives Material. Oh sorry, ich bin schon wieder weg, aber ich komm. Nein! Oh ja, Wingers. Exklusives Material aus der Spieleentwicklung. Qualitätsware aus England. Hochwertige Spiele. Die haben so ein 3x A verdient. Und da macht man sogar Fernsehwerbung damit. Und deswegen sitzen wir heute hier, meine Kinder. Ich erzähle euch jetzt mal, wie das geht. Drücken wir hier auf den Knopf. Da steht da ein Rekord. Und dann nimmt es in einer so guten Qualität auf, dass wir es auch locker im Fernsehen zeigen können. Passt mal auf! Setup. Was ist jetzt mit dem? Hallo! Hi! Wer bist du? Ach, das ist Kinder. Das ist der Werner. Ich bin der Techniker. Genau, das ist der Werner. Genau, das ist der Werner. Macht die Technik bei uns. Der Werner hat doch richtig Ahnung von Computern. kann jetzt bestimmt die Frage beantworten, warum das Spiel immer abstürzt, wenn ich anfange zu capturen. Echt? Ja. Dein Job steht auf dem Spiel, Werner. Die Zeit läuft! Ich bin jetzt hier schon auf Aufnahme. Hi Martin! Moin! Hi! 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 Der Jochen macht hier, was machst du? Das soll ich nicht! Ich arbeite! Oh, der Torst! Oh, der Torst! Oh, der Torst! Oh!